Und weiß nicht, ich wusste gar nicht, dass man das streamen kann und irgendwann habe ich das mal rausgefunden, ich weiß gar nicht mehr wodurch, durch irgendwelchen Zufall, habe ich rausgefunden, dass der Typ tot ist, obwohl ich nur im Body geschossen habe. Ne, dass man das streamen kann und dann, ich habe einfach angefangen, ich habe die Webcam aufgebaut, habe Schwarz-Weiß-Filter drauf gemacht und losgelegt. Am Anfang noch ein bisschen skeptisch, sage ich mal, aber dann, meine Fresse, in deinen Kopf, geht doch. Und dann ging das so. Früher war es ganz schlimm, da hatte ich noch weniger Upload als jetzt, da hatte ich ein MB weniger Upload und die Quali ist jetzt schon scheiße, wisst ihr, was ich meine? Aber das ändert sich diese Woche noch, da ich einen neuen PC kriege, deswegen kann ich wieder auf einen anderen Alcoder umsteigen. Und die Quali wird spätestens frei, also der PC sollte eigentlich Donnerstag kommen, rein rechnerisch. Und sollte alles gut werden, von der Quali her, dann wird die auch cooler. Jetzt lade ich nach. Warum lade ich nach, Alter? Ich bin teilweise jetzt noch ein bisschen nervös, aber das ist ja nur, wenn es jetzt kritisch wird im PvP oder so. Und ich weiß, mir gucken Leute... Hä? Lade doch nach. Und ich weiß, mir gucken Leute zu, aber... Ach, dass irgendwann... Läuft das. Einfach nicht dran denken, einfach cool mit umgehen. Boah. Der Rang, Dicker. Oh, wie leckt der, Mann. Na, komm. Du haust nicht ab, Freundchen. Boah. Shane ist an der Killing Spree. Der hat doch... Der hat hier gesessen, das war ein Brett. Auch wenn es ein Hartskopf war. Ja, und so war das denn früher. Das war eine geile Zeit, Alter. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen über YouTube darüber erzählen oder so. Komm hoch mit deinem Kopf. Oh, das ist ein Agent. Uh. Der tut mir nicht gut. Sorry, ich kann gerade nicht auf den Chat achten. Das tut mir echt leid gerade. Obwohl es relativ ruhig ist auf dem Server, aber... Ich konzentriere mich lieber. Oh, der kommt, ey. Den Nut, Alter. Oh, der kommt, ey.